Die Stradafüßler waren eine Räuberbande, die von 1822 bis 1827 Dekasekunden Grenzgebiet der Steiermark, des südlichen Niederösterreich sowie des heutigen Burgenlandes, damals Westungarn, mit Angst und Schrecken überzogen. Die Bezeichnung Stradafüßler bedeutet sinngemäß Leute, die sich auf der Landstraße herumtreiben, also Landstreicher und Diebe. Ihr Anführer Nikolaus Schmidhofer, genannt Holzknecht Seppel, und einige weitere Bandenmitglieder wurden 1827, 1828 und 1830 in Pinkerfeld und im Günzen gerichtet Grundsätzliches. Bei der Lebensgeschichte des Holzknecht Seppels und der Geschichte seiner Räuberbande vermischen sich oft Wirklichkeit und Fiktion. In den Ortschaften des Einzugsgebietes des Räubers und seiner Bande gab es im Laufe des 19. Jahrhunderts eine rege Legendenbildung, so dass es oft sehr schwierig ist festzustellen, welche Ereignisse historisch korrekt sind. Siehe auch Holzknecht Seppel-Organisation der Räuberbande. In einem Verhör gestand Schmidhofer, dass er sich in den letzten Faschingstagen des Jahres 1822 den Stradafüßlern angeschlossen hatte. Das lässt darauf schließen, dass es schon vor ihm einen losen Zusammenschluss von Dieben und Deserteuren im Grenzgebiet gegeben hatte. Das Leid der Bevölkerung begann aber erst so richtig, nachdem er der Anführer der Bande geworden war. Die Organisation setzte sich aus vielen Tätern zusammen, die mehr oder weniger viel Schuld auf sich luden. Manche gehörten zum harten Kern, andere waren Mitläufer im Sinne von Helern, Unterkunftgebern oder auch Beischläferinnen. Damit waren verschiedene Frauen im Grenzgebiet gemeint, die Liebesbeziehungen mit einigen Bandenmitgliedern unterhielten. Viele dieser Personen verriet der Holzknecht Seppel bereits bei seinem ersten Verhör durch die Kriminaluntersuchungskommission zu Pinkerfeld im Jahre 1826. Andere wiederum, darunter einige wichtige Haupttäter, hatte er vermutlich wohlweislich nicht erwähnt. Von den meisten kannte er nur den Räubernamen und nicht die offizielle Schreibweise. Gekrauster Seppel oder Krausteher Sepp, eigentlich Josef Michael Freiberger, Unterführer der Räuberbande, Deserteur, galt als besonders brutal. Fleischhacker Hans, eigentlich Johann Nissner, Unterführer der Räuberbande, Deserteur, galt als ebenfalls besonders brutal. Geheimrat oder Naslo oder Kolal, eigentlich Josef Kula, Deserteur. Goldhauben oder Guckkasten, eigentlich Georg Richter, Kundschafter der Bande war mit einem Leierkasten unterwegs. Großer Tabakträger Lippel, eigentlich Philipp Brandmüller, Deserteur. Zigeuner Janschi, Zigeuner Seppel, Zigeuner Toni, Kopfvater Paul von Neustift, Gatscht Hansörgel, Schlosser, eigentlich Johann Gangl, galt als harmlos, war aber seinen Spießgesellen verfallen. Neunfingerl, Vasenmeister Hansel, ermordet von Johann Nissner. Schulmeister von Pottendorf, eigentlich Franz Eichleutner, am 1. August 1827 in Eisenburg zum Tode durch den Strang verurteilt. Danach zu schwerer Kerkerstrafe begnadigt. Matthias Krodatsch, Wirt und Heeler, am 1. August 1827 in Eisenburg zum Tode durch den Strang verurteilt. Danach zu schwerer Kerkerstrafe begnadigt. Magdalene Witzelsberger, Wirtin in Nitzelsdorf, Geliebte von Josef Freiberger, am 1. August 1827 in Eisenburg zum Tode durch das Schwert verurteilt. Danach zu schwerer Kerkerstrafe begnadigt. Simon Laschober, Wirtin Mönitzkirchen. Maria Drevenack, Geliebte von Simon Laschober. Wiener Schuster, eigentlich Leopold Seichter. Passauer Seppel, Maurer Toni, Diener Wastel, Jakob Franzel. Kleiner Hansel, Zigeunermisker aus Kitzladen, Kleiner Lippel, Urban, Schleider, Jägernetzel, Böhmische Liesel, Kraler Batsch aus Höflein, Mitzel des Kleinen Hansel, Quantner, Albertel, Kleine Weber, Butter Hansel, Anna Weber, Wirtin des Waldwirtshauses bei Unterschützen, Geliebte des Nikolaus Schmidhofer, Franschitsch, Herrschaftsverwalter von Unterschützen. Ihre kriminelle Energie verwendeten die Räuber ausschließlich dazu, ihren eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten. Die Zielgruppe ihrer Aktivitäten waren keine reichen Kaufleute, sondern in der Mehrzahl das gemeine Volk in Form von Besitzern bzw. Bewohnern von Bauernhöfen. Die Beute waren in der Regel Naturalien und Kleidung, also das, was man zum alltäglichen Leben brauchte. Von einer Robin-Hood-Romantik war somit weit und breit keine Spur, dies erklärt auch den Hass und die Angst, welche ihnen von der Bevölkerung entgegengebracht wurden. Ihre Raubzüge führten die Strada-Füssler in einem Gebiet durch das von Wilton, Maria Zell bis Steinermanger, Eisenstadt, Palmhagen und Pressburg reichte. Während die Steiermark und Niederösterreich jenes Gebiet war, in denen die Verbrechen verübt wurden, diente Westungarn, also das heutige Burgenland. Als Rückzugsgebiet, hier waren es die Schenken in Ollersdorf, Unterschützen, Rotenturm und Litzelsdorf, in denen sie sich sicher fühlten. Mit einigen der Besitzerinnen der Gasthäuser hatten die Raubgesellen auch Liebesbeziehungen. So war die Gastwirtswitwe Magdalene Witzelsberger aus Litzelsdorf die Geliebte von Josef Freiberger während Nikolaus Schmidhofer eine Hassliebe mit Anna Weber, der Wirtin des Waldwirtshauses in der Wartenau in Unterschützen, verbannt. Um in diesen Rückzugsgebieten unbehelligt zu bleiben, hielten sich die Räuber anfangs mit ihren Missetaten sehr zurück und erkauften sich manchmal die Gunst der Wirtshausbesucher durch Großzügigkeit. Die Verbrechen der Straderfüßler Wie eingangs bereits erwähnt, hatte es im 19. Jahrhundert eine rege Legendenbildung rund um die Taten der Räuberbande gegeben. Die Geschichte der Straderfüßler wurde von Generation zu Generation weitergegeben und oftmals mit immer mehr Details ausgeschmügt. Dazu beigetragen hatte auch das brutale Verhalten der Räuber gegenüber ihren Opfern, das sich in zum Teil sehr schaurigen Erzählungen niederschlug. Besonders die beiden Unterführer Josef Freiberger und Johann Nisner waren wegen ihrer Brutalität und Freude am Foltern und Quälen gefürchtet. Nisner soll nicht von ungefähr den Räubernamen Fleischhacker Hans getragen haben. Zwar halten viele dieser Legenden einen Vergleich mit den Prozessakten nicht stand. Trotzdem sind viele der Geschichten auch fast 200 Jahre nach dem tatsächlichen Geschehen noch immer im Umlauf. Gleich bei ihrem ersten Verhör in Pinkerfeld gestand die Bande 14 Diebstähle, 22 Raube, 2 Kirchenraube, 3 Vergewaltigungen, 2 Brandlegungen und 10 Morde. Diese Zahl steigerte sich im Laufe der Verhandlung auf 14 Morde, 54 Raube, 48 Diebstähle, 4 Vergewaltigungen und 3 Brandlegungen. Der finanzielle Schaden wurde mit 23.844 Gulden angegeben. Zum Vergleich dazu kostete damals eine Kuh zwischen 100 und 150 Gulden. Der Volksmund weiß außerdem auch über viele Begegnungen mit den Mitgliedern der Räuberbande zu berichten. Die harmlos waren oder gelimpflich ausgingen. Die meisten dieser Ereignisse sind natürlich nach so langer Zeit kaum auf ihren Wahrheitsgehalt prüfbar. Eine Geschichte, welche die Zeit überdauerte und mit ziemlicher Sicherheit wahr sein dürfte, war der Überfall auf den Gassenbauernhof von Philipp und Anna Wagner in Königsberg, Gemeinde Aspengberg, St. Peter. Die Strada-Füssler wollten dem Bauern ihr Paar jenes Geld stehlen, das es durch den Verkauf von Uxen verdient hatte. Da sich beide weigerten, den Verkaufserlös auszuhändigen, tauchten die Räuber die Hände der Bäuerin in einen Teig, den sie gerade zubereitet hatte. Dann hielten sie ihre Hände in das Siedende fett. Die Frau überlebte zwar die Tortur, starb aber an deren Folgen am 6. Dezember 1824 im Alter von 28 Jahren. An dieses Ereignis erinnerte zuerst ein Holzmaterl, das, nachdem es vermoscht war, 1971 durch einen Gedenkstein ersetzt wurde. Eine Berufsgruppe, die es den Räubern besonders angetan hatte, waren die Glaser. Diese zogen oft von Haus zu Haus und trugen ihre Glasscheiben in einem Tragegestell auf dem Rücken mit, um bei den Bauernhäusern kleine Reparaturarbeiten durchführen zu können. Der Legende nach ließen sie die armen Gesellen, die ihnen in die Hände gefallen waren, mitsamt ihren Gläsern Bäume hinaufklettern und schossen sie dann vom Gipfel herunter. Der Aufprall der Gläser soll dem Diebsgesindel und hier vor allem dem Holzknecht Zeppel eine große Freude bereitet haben. Einen derartigen Vorfall mit einem Totenglaser gab es zwischen Schmidret und Götzendorf. Ein Ortsried in diesem Gebiet heißt Glaskraben, eventuell steht der Name mit diesem Ereignis in Verbindung. Einen erst 15-jährigen Glasträger aus der Slowakei erwischte es auf die gleiche Art. Als der Holzknecht Zeppel mit seiner Räuberbande seine Geburtsgegend die Treinauheim suchte. Punkt. Ein dritter derartiger Vorfall soll sich in Kaltenberg-Gemeinde Lichtenegg zugetragen haben. Ein Dreionfaltigkeitsmatterl im Rheintalwald unweit des Tatortes aufgestellt soll noch heute an den ermordeten Glaser erinnern. In einigen Überlieferungen über die und Arten der Räuberbande sind auch Todesfälle beschrieben, bei denen die Opfer gefesselt in Ameisenhaufen gelegt wurden. So zum Beispiel soll es ein Mädchen an einem unbekannten Ort in der Steiermark erwischt haben sowie einen Hausierer in Törnau. Der Heimat von Nikolaus Schmidthofer. Laut Volksmund waren der Holzknecht Zeppel und seine Spießgesellen in der Törnau auch für den Mord an Anna Wurm und ihren zwei Kindern. Maria sowie Katharina verantwortlich. Während es sich bei dieser Begebenheit wahrscheinlich um eine Legende handelt, ist ein ähnlicher Kriminalfall eindeutig historisch belegt. Die Opfer waren die Weckmacherfamilie Kerschbaumer, die in einer Hütte am Sattelweg in Trattenbach am Sonnwennstein lebte. Die Familie gehörte dem Hehlerkreis der Stradarfüßlern an und gab den Räubern immer wieder Unterkunft. Im Mai 1826 hatten sich Nikolaus Schmidthofer und Josef Freiberger für einige Tage bei den Kerschbaumern aufgehalten und wurden dabei von der Frau des Wegemachers, Josefa Kerschbaumer, provoziert. Sie wollte von ihnen Geld für den Aufenthalt. Dies verärgerte die beiden Verbrecher derart, dass es in der Nachtälfte auf den 12. Mai 1826 zur Katastrophe kam. Der Holzknecht Seppel und der gekrauste Sepp ermordeten die Eltern Franz und Josefa Kerschbaumer sowie deren Tochter Maria und zündeten das Haus der Familie an. Es gab außerdem mit der Ziehtochter Juliane ein viertes Todesopfer, das vermutlich bei lebendigem Leib verbrannte, weil es die Räuber vergessen hatten, wie Schmidthofer später im Verhör zugab. Im Reich der Legende sind vermutlich die Geschichten angesiedelt, in denen der Holzknecht Seppel von sich behauptete, schon sieben Kinderherzen gegessen zu haben und der auf die Zahl von neun Herzen kommen wolle. Um unsichtbar zu werden in den verschiedenen Überlieferungen haben sich auch zwei Morde an Kindern, nämlich in Edlitz und im Racksgebiet erhalten. In Riedlingsdorf soll er ein achtjähriges Mädchen, als er in dessen Elternhaus übernachtete, nur deswegen verschont haben. Weil es die ganze Nacht so unruhig war, wäre es ruhig gewesen, erklärte er ihren Eltern am nächsten Tag, hätte er es ermordet. Historisch nachweisbar sind wiederum die Morde von Josef Freiberger alias Gekrauster Sepp an einen gewissen Matthias Mihalitz aus Eisenstadt sowie an dem Bandenmitglied Vasenmeister Hansel. Zwei Tote gab es auch beim Ausbruch der Strada Füßler am 31. Mai 1827 aus ihrem Gefängnis in Pinkerfeld. Die Räuber ermordeten dabei den Korporal der Wachmannschaft sowie die Pinkerfelder Siebmachermeister Andreas Hutter. Einen dieser beiden hatte Josef Kula alias Geheimrat zu verantworten. Er wurde außerdem des Mordes an einem Juden zwischen Klingenbach und Oedenburg schuldig gesprochen.